Hallo zusammen, ich bin der Petar, aufgewachsen im Zürich Oberland. Ich bin DJ und Sänger. Mit welcher Berühmtheit würdest du gerne essen gehen? Novak Djokovic. Ganz klar. Was wirst du ständig gefragt? Musikwünsche, wie jeder andere DJ. Was wolltest du als Kind werden? Sicher etwas mit Musik, weil ich bin mit Soulplatten aufgewachsen durch meinen Vater. Musik ist ein grosser Teil von meinem Leben. Andererseits wollte ich aber auch Profibasketballer werden. Basketball spiele ich heute noch. Seit wann bist du DJ? DJ bin ich seit knapp zehn Jahren. Was liebst du am meisten am Job? Job als Hochzeits-DJ finde ich cool, dass du immer an anderen Locations bist. Du lernst die Schweiz natürlich kennen. Und immer neue Leute, immer neue Locations. Und das ist immer gut. Was war dein erstes selbst gekauftes Album? Salt & Pepper, A Very Necessary. Oder das Doggy-Style von Snoop. Ich weiss es nicht mehr. Irgendwann in der Tummerwelt. 1993. Was ist deine musikalische Spezialität von dir? Sicher Balkanmusik. Serbien, Bosnien, Kroatien und natürlich Reggaeton, Hip-Hop, R'n'B. Danke für deine Zeit. Danke, das wäre es gewesen von mir und bis bald. Danke, das wäre es gewesen von mir und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020